Herzlich Willkommen zur vierten Liverpools Club Tour meine Grünen und ja jetzt seht ihr das einmal, dass der erste IF ist frei und das LM ist frei, hm was kann man denn da nehmen, da machen wir das mal das erste, na klar, das ist Grittel IF, wo eine kleine der erste Woche im Team of the Week is und dann haben wir natürlich auch in LF leider, aber das macht uns ja eigentlich gar nichts aus STERLING Braunschuld Oh und dann bin ich ja und dann Das muss jetzt Bloß was A chuldig Was sind bin wir Ja, wir sind so nicht glaub ich Mh Logisch, das muss Eckball geben. Welche Mannschaft hat mehr aufs Tor geschossen? Hier kommt die Statistik. Der hat den Ball sofort verarbeitet. Das gibt's doch. Oh, no. Sie nehmen sie Glück. Sie wollen nicht. Aber was denn? Gefährlichen Angriff. Da hat er seine Arbeit bestens erledigt. Ja, das macht er ganz souverän mit all der Ruhe, die ihn auszeichnet. Ja, der Ball war schon im Tor aus. Das muss Eckball geben. Oh, mein Gott. Oh, er kann auch noch ein bisschen blöder. Das gibt's nicht. Ganz souverän abfangen. Jetzt zieht er auf. Und Tor. Die verstehen sich blind. Wunderbar. Achtung, Rest. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Der hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Der hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Aber wenn die hier schon drüben gesehen. Und die alle sind aufgesprungen. Der hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Der hat ihn abgewehrt. 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 Der hat ihn abgewehrt, außer den Trainern. Bei so vielen Toren. Und Rückpass zum eigenen Torhüter. Der hat ihn abgewehrt. Die gehen ohne Hilfe, aber nicht. Der hat ihn abgewehrt. Der hat ihn abgewehrt. Das Ende geht mir gar nicht.